Was ist die Top-Themen? Wir haben ja viele neue Produkte gemacht. Also einmal das neue Flowfact Performa ist, ja es ist noch ähnlich, aber es ist ein ganz neues Produkt und das weckt riesiges Interesse, dass sowohl die Kunden, die das Produkt kennen, als auch die Neuen es kennen. Und dann gibt es eine zweite Produktlinie, Direct, als echtes Cloud-Produkt, das ist seit anderthalb Jahren auf dem Markt, das wächst und wächst und wächst und alle wollen es sehen. Kunden, die eine Frage haben, die gesagt haben, ich habe jetzt das Upgrade eingespielt und meine Lieblingsfunktion, die finde ich jetzt gerade nicht mehr, weil die jetzt woanders zu bedienen ist und da können meine Kollegen und ich immer gerne helfen und sagen, die ist jetzt da oder vielleicht auch den einen oder anderen Anwendungstipp geben und dazu gibt es auch einen Workshop und ich glaube, der ist ganz gut gebucht. Ja, die europäischen Themen sind total spannend. Unsere Software gibt es mit sechs Oberflächensprachen, das heißt Internationalisierung ist ein großes Thema und da kommen wir auch in vernünftigen Schritten vorwärts.